Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Will Nightmares zu dem neuen DLC. Ja, ich habe die Wichte jetzt zusammen. Ich muss sie einfach nicht sagen. Ich so, ne, das kann ja nicht sein. Aber jetzt haben wir ja die Power, die wir brauchen. Ja, und ich bin auch wieder dabei. Habt ihr wahrscheinlich schon an meiner Stimme gehört. Komm, komm. Horst, kommst du jetzt? Mann, Mann, Mann. Ich glaube, man muss erst mal diese Aufmerksamkeit auf... Oh, jetzt ist der dritte schon wieder dahin. Und denkt sich wieder, hallo, wie geht's heute? Ach, jetzt müssen wir, glaube ich, dahintragen, ey. Schaffen wir. Schaffen wir. Ja, wir haben es geschafft. Sollen wir jetzt da hoch und die Kiste da reinwerfen oder so? Geht das jetzt? Oh, die kommen ja da hoch, ne? Ja, das ist jetzt alles werfen. Das liegt ja da. Ja, gut. Ich hole euch noch, meine Freunde. Oh, das ist ja ganz schön. Ja. Und ich hole dich. Ja. Ich hole dich. Ja, du kannst dich, Alter, nicht. Ja, du kannst dich. Ja, gut, so kann man das auch machen, ne? Das ist aber schon wieder hier angelangt. Äh, hier waren wir schon mal. Wo stellt sich hier hin? Ich hole euch. Bleib mir jetzt da. Das war doch das, was wir da haben. Das ist doch dieses Ding da. Ich frage mich, wieso sind wir schon wieder hierher gelandet? Was ist jetzt Bill? Ach so, ich habe Bill verstanden. Hm. Sind alle gemeinsam hier? Warum ist denn der eine da so? Ja, du hast den Kopf. Ich habe ihn, glaube ich. Ja, du hast den Kopf. Ja, du hast ihn. Ja, du hast ihn. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, es geht darum, umso mehr du hast, desto schneller geht das hoch und da oben ist irgendwas noch. Glaubst du, oder? Der eine steckt dann ja auch noch fest. Ich guck mal, was ich noch nicht tun kann. Was ich halt mega gruselig fand, war das ist, äh, der ist da mit dem weiter langer... Ich glaube, es geht darum, was ich noch nicht mehr... Ich glaube, es geht darum, was ich noch nicht mehr, was ich noch nicht mehr... Ich glaube, es geht darum, was ich noch nicht mehr... Ich glaube, es geht darum, dass ich noch nicht mehr zurückkomme. Ich glaube, es geht darum, dass ich noch nicht mehr zurückkomme. Ich glaube, es geht darum, dass ich noch nicht mehr zurückkomme. Ich glaube, es geht darum, dass ich noch nicht mehr zurückkomme. Ich glaube, es geht darum, dass ich noch nicht mehr zurückkomme. Ich glaube, es geht darum, dass ich noch nicht mehr zurückkomme. Da ist der Stor, der hier aufgeht. Wir müssen ja eh irgendwie da weg. Wieso geht das denn schnell? Ja, das ist der Stor. Ja, das ist der Stor. Ach, da willst du die Wichte mitnehmen. Oh, bleibt er da drinnen. Hm. Dass das Tor aufgeht. Ja, das ist der Stor. Ja, das ist der Stor. Ja. Der Stor. Da muss ja, ich sehe die Wuster. Okay. Das ist der Stor. Ja, es ist der Stor. Oh, das ist eine Arbeit. Die Seine müssen noch aufmachen. Guck dir an, die da steht, dafür auch nichts. Ganz schnell. Die Seine müssen noch aufmachen. Sie können noch aufmachen. Die Seine müssen noch aufmachen. Die Seine müssen noch aufmachen. Ich verlasse. Ich verlasse Atmen. Warum das denn? Du darfst nicht auf diese Stings da treten. Was wird er durch? Was wird er durch? Jägen? Außerdem. Ich hab die Schlage. Nein, nein, nein. Würde man nicht hinzerschrecken, ne? Ich glaube. Wo ist dieser Typ denn? Was? Ist doch egal. Doch, da ist er, da ist er. Er kann ja nichts sehen. Er kann nur hören. Und riechen. Ja, das hört auf jeden Fall. Hall. Spannend. Gut. Ich brauche mich aber wirklich wieder wegkommen. Wir können ja mal die andere Seite probieren. Vielleicht erschnüffelt er die nicht so schnell. Okay. Wo sind wir denn jetzt? So. Und jetzt einfach die andere Seite gehen, die du gerade anleuchtest. Ja. 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 So. Da, 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 da ist die Bisse, aber auch mal vorbekommen. Doch, guck, ich muss heute hier vorbekommen. Das ist cool. Das ist cool. Das kann aber nicht lang gehen, glaube ich. Das kann aber nicht lang gehen, glaube ich. Ja, da kommt. Ja, da kommt. Ja, da kommt. Ja, da kommt. Ach, das war aber knapp, oder? Ja, da kommt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war schon echt gruselig, oder? ZDF, 2020 ZDF, 2020 Aha! Kann ich dann nämlich durchgehen? ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wozu brauchen wir jetzt die? Damit das Ding dann wieder vergetaniert? Ja, damit das Ding dann wieder vergetaniert wird Die ganze Leben zurück Scheiße Das wird kein Kind mehr schmerzen Das wird kein Kind mehr schmerzen Hier Okay Was ist das? Was ist das? Schnell weg Schnell weg Schnell weg Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Da puedd sagen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.